so hallo und herzlich willkommen zurück zu honkai impact third so spiel ok dankeschön so was machen wir denn heute ich gucke mal ob irgendwelche events offen sind guck mal daily missions kann ich hier schon direkt was ach so ich habe schon mal die beste eingesammelt genau ich wollte nämlich kurz ein bisschen was erzählen nämlich aktuell habe ich ein riesengroßes problem in dem spiel war es auch nicht schlecht beheben kann irgendwie denn moment man sieht ja hier wenn ich jetzt zum beispiel mal mein command center upgraden will brauche ich ja diese tollen sachen hier und jetzt haben wir in der base zu gewöhnen nicht immer irgendwelche missionen die mir versprechen dass ich hier dieses item zum beispiel man könnte meinen in der mission würde ich dann wenn ich die mission schaffe das item auch bekommen ich habe jetzt haufenweise solche missionen gemacht aber das item nicht einmal bekommen nicht ein einziges mal ist es irgendwie random was man bekommt und das hier sind nur chancen oder wie soll ich mir vorstellen ich habe es nur nicht ganz gepeilt ich habe es hier zweimal ich wollte ein bisschen noch gleich annehmen da hofft nur das zu bekommen aber ohne diese teile kann ich halt keine meiner sachen irgendwie weiter ausbauen das braucht zwei und das glaube ich auch drei gebraucht genau ja gut das sind könnte ich mal ausbauen alles braucht es auch einmal ok deswegen ja es kann ein bisschen problematisch mit fortschritt ich tue zwar hier und daheim die spielen um was zu bekommen aber klappt um nicht so richtig deswegen bin ich mal ja maler gekommen um zu gucken was genau das hier bringt und wenn man auf dieses genau hier die quest greats wird bleibt bis ich konnte mir jetzt tatsächlich einmal request nachdem ich hier geholfen habe und ich hoffe da hilft mir jetzt auch jemand dabei weil ich brauche jetzt sieben stück von den dingern und ich kenne immer nur eins requesten auf einmal und immer auch nur fünf mal am tag und ist schon wieder ein paar stunden her dass ich hier gequestet habe ich weiß nicht so recht wie ich vorankommen soll aber gut ich lasse mich davon jetzt erstmal nicht runter ziehen eine spannende sache wäre jetzt noch wie genau kommischen reichen andere wahlküren nur so als frage kann ich hier irgendwas wie genau kann ich was ist denn obtain proceed to exchange secret shop was ist das denn was ist das denn was was ok kann man sich offenbar so um wieder gründen herr weiß ich habe ich schon mal wie kann man sich ach nee warte ist es ganz normale shop warte mal warte mal warte mal ich gehe mal ganz kurz durch hier bis zufällig und welche voll habe ich darf uns erst mal nicht aus nein natürlich nicht kann ja niemand machen ich bin arme schwein ich bin absolut arme schwein oh man ok komm was muss denn der shop jetzt hin Was hier unten Valkyrie info ja sehr lustig beginn als benefits aber guck mal was ist das hier Okay cool und kenne schön schön einsammeln ja geil Valkyrie info warte mal noch mal ganz kurz hier drauf Okay ja aber weit kommen jetzt hatte ich das gerade schon oder kann ich die kerner damit hier auf leveln Ja hier weit kommt Okay kenne ich offenbar looten irgendwie Wie dem haus sei ich Ich mache das erste einfach erst mal weiter Wo war man denn zuletzt Ach was mache ich denn wir müssen doch hier word map was mache ich denn da Und wie weit komme ich da da 217 okay gut machen wir es einfach mal hier gibt es auch diese komische scherbe nicht mehr Das fackt aktuell so ab dass man einfach nicht an diese item rankommt Ich brauche das siebenmal um meine base abzugraden und ich kriege es einfach nicht schon seit einer woche versuche ich das irgendwie zu bekommen es geht einfach nicht Vielleicht muss ich mal wieder die kleinere mission ein bisschen looten Ich weiß nicht was ich machen soll Vielleicht findet sich irgendwas Naja gut so Ja ja Oh lol die zerstörung von dem macht auch die einander und da kaputt 25 hitcombo Nein die hitcombo Jetzt aber so ist nämlich dich Weil du bisschen schnell Ja das läuft doch Nicht runter fallen Nein 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 Okay So ist nicht mal dich So bombt die weg Nicht wegbomben lassen andere wegbomben Ich finde ich wieder Könntet ihr bitte platzen Ach natürlich Na klar So holt es ready Oh nein Nicht schon wieder so ein Schild dude Das bockt zu absolut null gegen die zu kämpfen Also mal der oder ist er billig Das geht schon Oh nur fünf Schaden kommt schon Jetzt komm Ich habe kein plan wenn ich angreife Das tolle ist ich habe die 50 hit Oh Ja gut Ich habe nichts gesagt Na kack shit Das sind doch nur so wenig Schaden Hier komm mach du mal Nee bei dem geht es erst recht nicht Ja komm Prügel da schon immer weg Das ist gut Einfach durchprügel da shit Bei ihr geht es dann wieder nicht Vielleicht geht es ja bei dir Okay ne Block der alles weg Block der alles weg Muss ich sie nehmen Die brügel da steht einfach durch Komm man Wieso musst du nicht so bekloppt mitdrehen Jetzt mal ohne spaß Das ist schön nicht kaputt geht Jetzt aber komm Gib ihm Kante Das ist doch Du dreht sich einfach so Übelst asozial mit der ganze Zeit Hier schon wieder Es macht doch keinen spaß Gott Endlich Alter ist doch stressig Okay los Gib mir den boss So Weg prügelnden Typen Kein bock auf den jetzt Huch die sind noch kleiner Kleine fließe rum rum So ich nehme mal wieder dich Ich versuche noch material zu füllen Das klappt absolut nicht Aber ich habe trotzdem Boah Vier Minuten für die eine Stage Wegen diesen komischen Schildtypen Das ist ja geil und hervorragend Es ist einfach ein Traum Und Ja Teil hat number one Ach komm einfach Was genau ist das ja eigentlich Okay ein Fragment Ich muss echt mal gucken wie genau Ich an die anderen Weltkühlen Fragmente komme Immer nur mit den Paaren hier zu kämpfen Das ist irgendwie nicht so richtig Zweck der Sache glaube ich So kommen wir gehen direkt in den nächsten Kampf Ja du Vielleicht noch mal ein bisschen die Kleineren Ebenen Raiden und hoffen dass ich die Schale bekomme Ähm Hier Ich werde noch mal Weil Kühlen noch mal leveln Weil Der Damage Output ist schon wieder Viel zu niedrig Oder es kommt mir nur so vor Das kann auch sein Ja easy ausgewichen Machen sie gar nichts mehr So hier aber Die ult ein bisschen füllen Das klappt dann schon Zack 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 Ach schön wie es läuft Too good for you Nächsten bitte Ach es gehts ja weiter Ich nehme dich Oh Oh da hat er automatisch Los gelassen So schießt los die Raketen Oh die macht auch kaum Schaden Und das Penetralität Das war ja Ihre Waffe Oder Ich nehme wieder dich Na hier Mei Haut sie einfach ab Von mir Oh jetzt der Typ hier von hinten schießen Hackt Fuckin hackt Oh das kommt da noch angeflogen Ich kann nicht ausweichen Hallo Jetzt So jetzt noch den Na geht doch Wo ist Gegner bitte Dankeschön Und los geht's Hattest du auch was gemacht Das kam mir schon ein bisschen Bisschen sehr wenig vor Na egal ich mach den auch kaputt Komm schon So ich führe ihr heute nochmal wenn ich kann Ich häng fest Was zur Hölle Mach ich ihn halt mit dir fertig Und lass rumsen Ey der haut ab Komm her Geht doch Schon wieder so ein übertrieben nerviger Ich sag's nicht Ich sag's nicht Aber trotzdem Absolut unnötig Geht noch so nervig zu machen Naja Geschafft ist geschafft Das ging schon Das ging schon ganz gut So hier alles Ganz ganz toll du Oh sie ist Level 16 geworden Ja hier wird nur was ich bisher bekommen Ich geh mal in den niedrigen Kapitel Ich geh mal nach Akt 1 So Guck mal hier würde ich zum Beispiel so ein Ding bekommen Ich mach's jetzt einfach mal Also wenn ich jetzt den wirklich hier unteren grinden muss Dann mach ich das aber auf screen Da hab ich zwar auch keine Lust Das hier Achso hier Tu mal skippen Yes please skip Ich möchte nur kämpfen Geh beiseite Ich finde ich sie Oh sie schafft sich mal sie klein zu machen Ah hier Dir vertraue ich Gegner Ich bin der beste Ich hab nur safe nicht bekommen was ich Was ich wollte Ich hab's nur safe nicht bekommen Und Doch Das ist doch jetzt ein witz oder Ich suche doch auch nach diesem scheiß dreck Und dann gibt es das einfach so in Kapitel 1 Einfach so Ey da geh ich doch direkt in die base und mach das jetzt Also wirklich Da kommt man sich schon ein bisschen betrogen vor Ich weiß es liegt wieder an mir an meiner dummheit Aber trotzdem So hier einmal level up bitte Schön 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 Ich mach's aber trotzdem nochmal Die sachen hier So hier Einem Mai So Und was war noch Das hier Das hat's mir auch gebracht Scheiße Ich hab keine Dingses mehr Kacke Mach ich halt das nächste Ja Das Das Und das Ich weiß hier gibt es diese Scherbe nicht Aber naja Irgendwas müssen wir ja machen jetzt in der Zeit So Ihr seht es alle Da ist die Scherbe Beim nächsten Mal werden wir es sehen Und ich hoffe ich bekomme nochmal wieder eine Das muss ich ja echt weggrinden Daran habe ich nicht so wirklich Interesse Aber es geht trotzdem Oh Aber da ist wieder irgendwas los Was geht ab Okay Was ist denn hier los Collect reward Reward Claim Cool Nämlich Warum nicht Aber ansonsten war es das schon Ja das war ja mal Man ich muss echt mal gucken Wie ich neue bei Kühlen freischalte Was bist du hier Teresa Apokalypse Obtänt Kann man ziehen Kann man ziehen Storyline Hard 4 4 4 4 Supreme 2 20 Supreme 4 7 Ich sehe schon das wird Oh Gott das wird ein Grinding Traum Proceed Vom sakura samsara adventure task Sakura samsara das war doch auch schon erwähnt Sakura samsara ist das noch verfügbar ich glaube eher nicht ne Da war immer mal wenn ich habe es mitgenommen und jetzt bin ich natürlich Oh level 30 ich muss level 30 stürmen naja gut ich weiß dass die folge flogen gelabert aber es muss das auch mal sein wir sind ja zum nächsten Part wenn ich wieder ein bisschen schlauer bin und bis dahin 스� dr 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 dr